Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mystica Agriculture Tutorial. Heute geht es um die verschiedenen Tierstufen der Essenz und wie ihr die entsprechend upgraden könnt und was der Nutzen ganz einfach davon ist, ein Stück weit. Und zwar gibt es verschiedene Essenzen und Tierstufen in Mystica Agriculture. Einmal Inferium, Protentium, Tertium, Imperium, Supremium und nochmal so ein Stück weit außen vor gelassen. Awakened Supremium gibt es auch noch. Allerdings Tier 6 ist an der Stelle Insanium Essence, ist allerdings auch ein Addon für Mystica Agriculture. Und ihr könnt das Ganze upgraden, indem ihr jetzt zum Beispiel, wir gucken einfach mal rein ins Rezept für Protentium Essence. Wir brauchen dafür 4 Inferium Essence und die haben wir dann sozusagen schon da. Also das heißt, wir haben mit dem Mod frisch angefangen, haben die Inferium Essence dann entsprechend ein kleines Feld, haben gegebenenfalls ein bisschen was aus Ore Generation oder durch Mobs entsprechend bekommen und sind damit in der Lage, Protentium Essence zu generieren. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Kristall. Es gibt zwei Arten von Kristallen. Einmal gibt es die Möglichkeit, den Inferium Infusion Crystal zu produzieren. Da brauchen wir die zwei Grundrohstoffe von Mystica Agriculture. Einmal die Prosperity Shards von einem Inferium Essence. Oder man kommt dann zu einem Higher Tier, gerade das wäre dann das Endgame von Mystica Agriculture, wäre man dann halt bei einem Master Infusion Crystal. Und der hat den Vorteil, dass er unlimitiert nutzbar ist. Der Inferium Infusion Crystal ist nämlich nur 256 mal nutzbar. Ja, und entsprechend seht ihr hier einmal auch das Rezept. Und wenn wir die verschiedensten Tierstufen nach oben gehen, sind wir immer beim Faktor 4. Das bedeutet, wir brauchen von Tier 1 auf Tier 2 brauchen wir 4 Stück. Dann brauchen wir auf das nächste Tier brauchen wir auch wieder 4 Stück. Also Faktor 4 für Inferium. Dann brauchen wir wieder 4 Stück. Also auch wieder Faktor 4. Wieder 4 Stück und wieder 4 Stück. Und hier oben einmal entsprechend dargestellt, wie viel Essenz, also Inferium Essenz ihr benötigt, um das höchste Tier zu bauen. Und diese Essenzen benötigt ihr in Mystica Agriculture, um entweder euer Farmland abzugraden, das wäre eine Möglichkeit. Oder halt für jetzt zum Beispiel neue Seeds, die ihr entwerfen wollt. Also wenn wir jetzt hier mal gucken, jetzt zum Beispiel, können wir einfach mal reingucken, Mystical Seed, nehmen wir uns einfach mal irgendein Rezept. Nehmen wir einfach mal hier Stahl Rezept, da brauchen wir bei Tier 4 brauchen wir Imperium Essenz. Und dann brauchen wir hier noch das Item, was das Signal oder was das symbolisiert. Und wir brauchen immer Prosperity Seed Base und das entsprechend hier in der Anordnung. Hier haben wir mal ein Nether Star Seed einmal simuliert. Und dafür brauchen wir dann die höchste Stufe, Insanium Essence und halt Nether Stars. Und einmal hier auch wieder Prosperity Seed Base im Infusion Alter. Ja, soviel auf jeden Fall zu den Essenzen, zu den Tierstufen in Mystica Agriculture. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.